Hallo Leute, heute möchte ich euch mitnehmen in eine meiner absoluten Lieblingsregionen der europäischen Alpen, das Ötztal. Kein anderes Gebiet bietet so viele und abwechslungsreiche Bergtouren wie dieses Fleckchen Erde. Zwischen einfacher Gipfelwanderung und anspruchsvoller Hochtour ist hier wirklich einfach alles dabei. Welche Touren ich euch ganz besonders empfehlen kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Bergtouren im Ötztal sind vielseitig und eine Auswahl fällt sicherlich nicht immer ganz leicht. Zudem hängt es natürlich ganz stark davon ab, welche Erfahrungen ihr mitbringt und wie fit ihr seid. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das Ganze ein wenig aufzubauen, beginnend bei den einfacheren Touren bis hin zu den anspruchsvolleren Touren. Einen wunderbaren und relativ gemächlichen Einstieg in die Bergwelten des Ötztals bietet der Gamskogel. Zum Gipfel hat man einen fantastischen Ausblick auf Lengenfeld und die umliegende Gebirgslandschaft. Das Tolle dabei, die Tour ist nicht allzu lang und lässt sich in einer guten Halbtagestour auch mit dem E-Bike gut kombinieren. Von Grieß aus geht es zu Fuß oder mit dem E-Bike rauf zur Nisselalm. Dort kann man wunderbar einkehren und rasten. Das Radl könnt ihr stehen lassen und dann durch wunderschöne Grasböden und leichte Kraxelei rauf zum Gipfel steigen. Alles in allem nicht sehr schwer, aber schon eine kleine Bergerfahrung, die für mich beim Ötztal einfach dazugehört. Und vor allem hat man einen wunderbaren Ausblick vom Gipfel. Jetzt schaut euch mal dieses Panorama an. Der Hammer. Einen idealen Einstieg in die höhere Bergwelt des Ötztals bieten vor allem die niedrigeren Dreitausender, die im Sommer meistens schneefrei sind. Klassiker sind hier sicherlich der Hangerer am hinteren Ötztal oder das wilde Mannle, das sich zudem mit Seilbahnunterstützung besteigen lässt. Meine Empfehlung ist aber hier ganz klar der 3079 Meter hohe Funduspfeiler. Der bietet nämlich einen gemächlichen Wandereinstieg und baut sich dann Stück für Stück zu einer Bergtour auf. Vor allem das letzte Stück hat mit den ersten kleinen Kletterpassagen einem irren Gipfelausblick sicherlich schon den Anspruch einer Bergtour. Wem die knapp 2000 Höhenmeter zu viel sind, der kann das Ganze mit einer Übernachtung auf der Frischmannhütte verkürzen. Zudem bietet der Ausgangsort Köfels noch zahlreiche andere Touren, beispielsweise den Wenderkugel, der sich optimal als Eingehtour eignet. Wer Schnee, Eis und Gletscher meiden möchte und trotzdem hoch hinaus will, dem empfehle ich einen richtigen Giganten im Ötztal. Mit 3497 Metern ist der Schrankugel komplett gletscherfrei und das inmitten der Gebirgswelt des Ötztals. Idealerweise plant ihr das Ganze als Zweitagestour mit einem Halt auf der wunderbaren Ambergerhütte. Starten könnt ihr in Lengenfeld oder Grieß. Beide Orte bieten sich an, das Ganze mit dem E-Bike zu kombinieren und den langen Aufstieg zur Hütte etwas zu verkürzen. Das macht die Tour in meinen Augen vor allem in den frühen Morgenstunden zu einem richtigen Augenschmaus und ein Frühstück auf der Ambergerhütte ist auch nicht verkehrt. Ab dort erwartet euch eine Bergtour, die ihr nicht mehr vergessen werdet. Vor allem der Gipfelbereich mit den ersten Kletterpassagen und ausgesetzten Stellen macht das Ganze zu einem richtig schönen Bergerlebnis. So Leute, Schrankugel, 3497 Meter und jetzt schaut euch das bitte mal an. Ist das nicht der absolute Knuller? Wer einmal richtig abschalten will und eine Hüttenübernachtung mit wirklich irrer Bergkulisse genießen möchte, für den ist das hintere Ötztal optimal. Mit dem Ramolhaus bietet sich auf über 3000 Meter ein Stützpunkt der ganz besonderen Art an, mit dem nur wenige konkurrieren können. Ich empfehle euch eine 2- bis 3-Tagestour entlang des bekannten Ötztaler Urwegs mit Startpunkt in Obergurgel. Von dort geht es in einer Bergwanderung hinauf zum Ramolhaus und am Folgetag über das Ramoljoch in einer kleinen Kletterpartie hinab ins Tal mit einer weiteren Übernachtung in Fendt. Wer möchte, kann den Weg entlang des Urwegs weiter genießen, vor allem auf dem gewaltigen Panoramaweg. Für mich eines der schönsten Erlebnisse, vor allen Dingen weil man mal wirklich abtauchen kann und die hinteren Regionen des Ötztals genießen kann. Für mich hat sich die alpine Welt des Ötztals vor allem durch einen Gipfel ganz besonders eröffnet und deswegen gebührt diesem Gipfel auch eine ganz besondere Stellung. Der Semilaun. Mit 3606 Metern gehört er nicht nur zu den höchsten Gipfeln Österreichs, sondern auch zu einem der beliebtesten. Warum das so ist, lässt sich vor allem durch seinen recht guten und verhältnismäßig einfachen Zustieg erklären. Er liegt nämlich genau am bekannten Fernwanderweg E5. Von Fendt geht es zunächst in einer gemütlichen Wanderung entlang eines langen Tals bis zur Martin-Busch-Hütte oder der etwas höher gelegenen Semilaun-Hütte. Vor allem für Hochtouren-Einsteiger ist der Gipfel in Kombination mit einer Hüttenübernacht und einem Bergführer ein optimales Ziel. Ja, ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall noch eine Playlist mit weiteren Bergtouren im Ötztal von Einfachbeschwer ist eigentlich alles mit dabei. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern und Planen eurer nächsten Bergtour und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an das Ötztal, das dieses Video möglich gemacht hat und unterstützt hat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und gerne diesen Kanal abonnieren.